Hallo und herzlich willkommen zurück zu Draw a Stickman hier im nächsten Level okay das ist dein Ding vielleicht bringt das ja was wenn ich für den Feier irgendwie was hinzeichne oder es verbrennt oder vielleicht bringe die Fackeln was wenn man die anzündet ah das sieht nicht so aus okay okay da ist hier ein Schlüsselloch ah also mit den Grabsteinen tut man die Türen öffnen okay kann man mit den Kübissen irgendwas machen ja okay yeah verdammt so früh gefreut da ist ein Schloss nein bleib fan von mir okay okay Kübis wachsen wachsen noch größer okay dann halt nicht okay okay na gewägt zum wie zumil des nächstes die die überall zocken wie es das auch hinaus gemalt die die so die 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 Ok, dann mach ich halt irgendwas. Ok, ach dann verbrennen es halt, warum mach ich das zu weh? Ok dann machen wir es so, so und so, bin gespannt, nö, passiert nix. Denne Fackeltusche ganz mal abkuckeln. Nein, 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 nein. Oh, war ja so klar. So, ja, genau, wir müssen ja da oben lang. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass es blitzt. Naja, egal. So, so ein riesenlanger Schlüssel. So. Vielleicht kann man den Zombie irgendwie verbrennen oder so. Oh, nein, da kommt nur eins zu einem hin gelatscht. Dum 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 dum. Nein, bleibt fern von mir. Okay. Okay. Okay, der ist hypnotisiert. Zombies. Okay. Oh, nein, nein. Manchmal ist sowas echt ätzend. Ah. Ah. Ah, hab ich mal nicht richtig gemalt. Ah, hab ich mal nicht richtig gemalt. Okay. Ein Schlüssel. So. Oh, nein. Ah, ich war ja so klar, ey. Und nochmal. Meine Güte. Okay, so. Ah, okay. Ah, das ist sehr gut. Und dahinter im Hintergrund läuft Shakes of Fidget. So, komm her. Komm her. Komm her, du blöder Zombie. Komm ins Licht. Da gibt's die Erlösung. Sehr gut. Und du kommst auch mit? Komm, komm. Komm, komm. 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 Yeah, der nächste ist hypnotisiert. Nicht ins Pfeil laufen. Das wär doof. Okay. 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 Keine Ahnung, was man da machen kann. Okay. Ah, ich versteh, glaub ich, worauf es hinausläuft. Komm, wenn ich die blauen Stein weggemacht hab, dann kommen die. Nein, das war der falsche Stift. Nein, das war der falsche Stift. Ah, vielleicht kannst du ja mit dem hier ein Gesicht reinmachen. Mit einer Schaufel oder... Was auch immer. Ach, stimmt. Das ist einfach so ein... Waaah. Können wir jetzt, Zombie? Komm. Komm. Na komm. Nein, 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 nein. Ich hab keine Lust, nochmal von vorne spielen zu müssen. Okay, brauchen wir wieder einen Schlüssel. so da machen was viel kotz ah man ok machen wir eine Kriegsachse so der Kürbis dann alle anzündeln ok dann machen wir den Schlüssel so 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 dann wäre das schon mal weg jetzt haben wir kommen her oh es bleibt ja noch stecken ok der ist jetzt hypnotisiert hypnotisiert hmm calm sehr gut aufschließen den nächsten zombie holen ok oder die K.I. ist natürlich ein bisschen nicht so gut bei den Zombies na ja, zumindest der allgemein dumm glaube ich, denke ich ok dann müssen wir da hinten wieder hin na egal, gehen wir nochmal das andere Level, gehen mal hier rein vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das Level freischalten so, so, so 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 so, die zwei zusammenkommen lassen, damit die sich gegenseitig verprügeln gleich baa das nächste Schloss aufmachen komm her du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht nein ich hab die machte Schlüssels kommt immer noch nicht aber jetzt mach voll voll und dann immer noch nicht aber jetzt ja jetzt kriegst du einen auf die Gruppe so dann müssen wir die Schatztruhe öffnen da ist dann Roboter drin dann der Schlüssel geht kaputt so ja so 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 das ist ein bisschen falsch aber egal okay so Roboter yeah voraus Attacke okay okay jetzt gehen wir nach unten dann nehmen wir den blauen da muss noch irgendwann roter sein genau okay okay so die Truhe öffnen da ist wieder ein Roboter drin das ist die Fernsteuerung okay da gibt's nix mehr vielleicht bringt das hier was vielleicht bringt das hier was oh ne okay buggy vielleicht funktioniert ne es gibt's da ein gelber Strich der für immer da bleibt oh nein oh ne also so so okay okay Ach, das nächste Mal. Mach ich einfach nur einen Kreis. Nein. Gut, doch. So, jetzt. So. Ich bin jetzt so doof, jedes Mal einen richtigen Schlüssel zu malen. Jetzt muss er nach unten. Ach. Oh, Mann. So. Mach ich auch ein paar Schlüssel hin. Zack. So, jetzt müsst ihr denn nach unten fahren. Da mach ich auch schon mal ein paar Schlüssel hin. So. Okay. Einfach, bis der Schlüssel verbraucht ist und dann mal gucken. Okay. So. Okay. Okay. Oh, boy. You are dead. No. Okay. Bringt nix mehr. Keine Ahnung, für was der Roboter denn da gewesen sein soll. Einfach mal anzenden. Nein, 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 nein. Die Höhle rein. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Na ja, da f- Jetzt ist es auch vorbei. Die Viertelstunde ist vollendet. Schon eigentlich zu lang. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö, Lido.